Also guten Tag Leute, wir sind hier im Garten, machen gerade Basketballspiel und der Lukara wollte gerade ein Dreier-Shootout machen, der ist ein richtiger Michael Jordan, auf jeden Fall, und der will jetzt ein Dreier-Shootout machen. Ich bin Michael. Und ich würde einfach mal sagen, du fängst jetzt mal an, machen wir 5 immer von da außen, oder? Dann von hier, von der Mitte, nochmal von da und dann, also 5x5 sind praktisch 25 Würfe, und der Luka, der fängt jetzt an, bitte hinter die Linie. Wenn ich treffe von 25, zwei Stück. Ja, warte kurz, okay, also, der Luka hat auf jeden Fall eine starke Technik, ja, er ist von Beruf Balleinfetter, ja, der Ring, aber Technik hat er, das sieht man, dass er einfach ein guter Fußballer ist, und der fünfte ist auch noch daneben, Jetzt gibt man die Kamera ab. Ah, da waren wir jetzt, jetzt haben wir es leider nicht drauf, sorry. Der Basketballspiel. Oh, oh, da haben wir es nicht drauf, sorry, da haben wir es nicht drauf. Oh, der passt nicht. Da haben wir es leider auch nicht drauf. Also, es waren dann 3 von 5, und ich nehme jetzt die Kamera und der Luka, ich bitte jetzt einfach zu Worten, von hier, nein, 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 von hier. Ja, also, das ist, äh, ein echter Basketballer, das sieht man schon, muss man warten, bisschen. Danke, ein Compilation. Ja, auf jeden Fall. Von wo ist er gelaufen? Ähm, von hier bitte. Von hier? Ja. Schon fast zu einfach. Ja, das stimmt, nein, 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 hierher geht. Warte kurz, ich muss alles drauf haben, wie du daneben wirfst. So, jetzt muss es scharf werden. Ich brauche schon ein bisschen. Ja, das zählt auch. Ja, also. Ich glaube, das ist nichts bei euch. Ich mache da nicht dankend viel bei dem. Du hast den Freilauf und dann Marsch. Aber das ist gut. Das zählt nicht. Das Netz war falsch dran. Im Laufe eines Wurfs. Das war gut. Ich bin ruhig, ich mache dank. Lugat zieht schön die Hose hoch. Wow. Es ist hier, warte. So, jetzt machen wir hier mal einen mit dem Fuß. Eigentlich hätte ich keine Chance gehabt, aber... Komm, wir reiten in die Saune. Du sitzt hinten und ich vorne. Komm, mich knallt dich fest und wir reiten in die Saune. Du sitzt hinten und ich vorne. Schade, Michael, schade. Also, das war's jetzt. Ich denke, ich bin als Sieger hervorgegangen. Bis dann.